Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder jede Menge Betrüge in der Leitung. Ganz viele kurze Telefonate, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich sind, was wir da für Betrüge haben. Und ich kann euch verraten, es wird heute wieder besonders unterirdisch. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr besser nicht euer Geld hinsteckt. Ja. Hallo. Ja. Ich bin Herr Steiner. Ja. Haben Sie bei Bitcoin Smart an Meldung gemacht? Wollen Sie nicht erst mal erzählen, wer Sie sind? Entschuldigung, mein Gehirn von Handelsplattform. Was denn für eine Handelsplattform? Bei Bitcoin Smart. Und wie heißt die Firma? Warten Sie bitte. Erst, ich wollte Sie wissen, ob Sie wirklich Registrierung gemacht haben. Und ich würde erst mal gerne wissen, von wo aus Sie anrufen. Ich habe Sie schon gesagt, von Bitcoin Smart. Und so heißt die Firma, oder wie? Genau. Wo haben Sie Registrierung gemacht? Keine Ahnung. Wo haben Sie denn die Registrierung her? Okay. Okay, Becker. Aha. Sehr interessant. Ja, das reicht dann schon dazu aus, dass man die Betrüger recht schnell los wird. Also zumindest in den meisten Fällen. Denn diese Fragen können Sie nicht beantworten. Die Daten, die Sie da kaufen, sind halt illegal aufgekauft. Und es handelt sich ja nicht um vernünftige, echte Telefonate, wo man euch vernünftige, echte Produkte verkaufen möchte. Das Ganze ist hier nicht nur einfach eine Kalterquise, also ein illegaler Werbeanruf, sondern am Ende, wenn man hier einzahlt, ist die Kohle auch noch weg. Tja, aber dass das hier alles nicht mit rechten Dingen zugeht, das bestätigen diese netten Mitarbeiter ja meistens schon gleich zu Beginn des Gesprächs von alleine. Tja, vernünftige Firmennamen können Sie hier nicht nennen. Und die wollen erst mal abklären, wo man sich registriert hat. Doch eigentlich müsste er das doch selbst wissen, wo ich mich registriert habe. Tja, der hier war wahrscheinlich wieder verwirrt, weil ich mich direkt bei denen auf der eigenen Webseite registriert habe und nicht über eine Werbeplattform gekommen bin. Und demzufolge wird da der Zusatz gefehlt haben, woher meine Daten eben genau stammen. Eine Anruferlaubnis habe ich aber trotzdem nicht erteilt. Die rufen halt einfach an und wollen einem dann irgendwelche Trading-Produkte verkaufen. Und alleine schon der Versuch ist hier strafbar. Einfach nur absolut wahnsinnig. Ja? Hallo, schönen guten Tag, wie geht es Ihnen? Ja, wer sind Sie überhaupt und wen möchten Sie gerne sprechen? Mein Name ist Felix. Ich melde Ihnen von 22 Pips wegen paar Informationen zu teilen über Thema Trading Online. Haben Sie schon Erfahrungen auf diese Frage? Mein Name ist Felix. Nee, wen Sie sprechen wollen? Sind Sie Sebastian? Das ist der Vorname. Mit so einem Vornamen sprechen Sie mich nicht an. Herr Kackfein. Kackifein. Ja, richtig. Ja. So, und was wollen Sie jetzt von mir? Ja, Sie haben bei uns dann eine Anmeldung gemacht. Für diesen Grund habe ich Ihnen angerufen. So. Haben Sie Erfahrungen mit Trading Online? Wie bitte? Ob Sie auch vernünftiges Deutsch können oder irgendjemanden haben, der vernünftiges Deutsch kann? Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie mir dann ins Telefon reinlusten. Ach, der absolute Kracher. Wie immer. Tja, die geben sich überhaupt gar keine Mühe, um euch irgendwie noch zu besänftigen. Die legen dann halt einfach auf. Denn Diskussion ist ja nicht das, was Sie da wollen. Die wollen letztendlich nur, dass man da sein Geld einzahlt. Komme, was wolle. Sobald man Fragen stellt oder ja irgendwie mal eine Information haben möchte zu diesem Telefonat, wie das überhaupt zustande kommt, wie die auf die Idee kommen, euch anzurufen. Ja, da war es das dann meistens schon. Da wird direkt aufgelegt. Ja, und das war es dann am Ende auch schon von dem Gespräch. Tja, absolut unseriös. Ja, und das sind die Leute vom Finanzmarkt, die euch angeblich ganz, ganz reich machen wollen. Schon höchst interessant. Ja, bitte. Schönen Tag, spreche ich mit Sabu Salmonele. Wollen Sie sich nicht erst mal vorstellen? Wie bitte? Wollen Sie sich nicht erst mal vorstellen? Also, Herr Sabu, ich bin Kontobeiratzer Thomas Mancini von AUX Capital. In unserem Unternehmen, Sie haben eine Eirmeldung gemacht, ja, in unserer Werbung und deshalb kontaktiere ich mit Ihnen. Aha, wann habe ich denn das gemacht? Das haben Sie gemacht und gefahren vor 13 Tagen. Aha. Ja, was möchten Sie da jetzt? Also, deshalb kontaktiere ich mit Ihnen. Herr Sabu, ich bin Kontobeiratzer und meine Arbeit jetzt kurz über weitere Schritte in Frontjahnen geben. Für meine Aktie, ich könnte euch eröffnen zu helfen, wenn Sie haben Interesse daran. Haben Sie verstanden? Ja, habe ich verstanden, ja. Haben Sie Interesse daran? Nee. Dann warum haben Sie bitte diese Eirmeldung gemacht? Habe ich ja nicht. Dann warum habe ich Ihre Datin bekommen, ja, ja. Ja, weiß ich doch nicht, wo Sie die haben. Ihre Name, Ihre Nachname, Ihre Nummer. Ja, weiß ich ja nicht, wo Sie das her haben. Also, das ist, andere Möglichkeit gibt es nicht. Ja, Sie haben in eine Werbung Ihre Daten gelassen. Ich habe Ihre Portfolio hier bekommen. Ja, habe ich nicht. Okay. Ja. Ja, was wollen Sie da jetzt noch in der Leitung? Ja, was will er denn da noch in der Leitung? Richtig, der wartet darauf, dass ich auflege, damit er seine Quote nicht versaut. Denn die Mitarbeiter sollen in der Regel nicht auflegen. Ja, weil das heißt dann, dass der Mitarbeiter nicht richtig vernünftig arbeitet. Hm, weil die das gewohnt sind, dass der Kunde normalerweise auflegt, weil man diese Anrufe ja gar nicht haben will. Legt der Mitarbeiter selbst auf und die Quote davon ist zu hoch, dann wird es da wahrscheinlich ein Personalgespräch oder sowas in der Richtung geben. Der absolute Wahnsinn. Ja, so ist es halt. Ja, und oftmals ist es auch so, dass ich mich bei diesen Betrügerplattformen gar nicht registriert habe. Also, oder nicht mehr registriert habe und dann trotzdem neue Plattformen anrufen. Denn sobald man seine Daten einmal bei so einer tollen Werbeplattform eingetragen hat, ist es nicht mit einem Telefongespräch von einer Betrugsplattform erledigt. Danach werden die Daten weitergereicht. Ob sie verkauft werden, weiß ich nicht, weil die Firmen oder die Inhaber der Firmen sind ja oftmals die gleichen, nur dass sie dann irgendwann nochmal mit einem neuen Namen anrufen. Untereinander zwischen den verschiedenen Betrügerfirmen kann ich mir schon vorstellen, dass die Daten in großen Mengen verkauft werden. Aber es ist schon Wahnsinn. Da rufen die ständig an, behaupten, man hätte sich selbst angemeldet, was ja gar nicht wirklich der Fall sein muss. Weil die Daten werden halt einfach weitergegeben, damit der Nächste dann nochmal probieren kann, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Nur absolut un... äh, ja, seriös, wie das hier alles abläuft. Der absolute Wahnsinn. Ich werde wirklich nicht drüber fertig. Was darf für Leute anrufen? Ja, bitte. Was denn? Kumpel, wenn du nicht sprichst, lege ich wieder auf. Ja, und sowas haben wir tatsächlich auch ziemlich oft. Dass die anrufen und dann gar nichts sagen. Tja, warum das so ist, weiß ich nicht. Entweder haben sie da Langeweile und rausgefunden, dass das hier kein echter Datensatz ist und die wollen dann halt, weiß ich nicht, legen halt einfach gleich wieder auf, weil sie es dann erst feststellen, wenn der Anruf hochkommt. Ansonsten fällt mir dazu nichts ein, warum die da nicht sprechen. Hallo. Ja. Grüße Sie, Herr Hodenzak. Firma Shop Online, ruf dann. Sie haben bei uns das Produkt Prostovid bestellt. Haben Sie das bekommen? Nee. Und auch keinen Zettel im Briefkasten? Nee. Ihre Sendung liegt bei der Post. Ist die abholbereit? Ich gebe Ihnen die Paketnummer. Mit dieser Nummer können Sie sicher das Paket von der Post abholen. Ja. Etwas zum Schreiben haben Sie? Ja. Ja. Dann 0, 0 0, 0 3, 4 3, 4 0, 4 0, 4 3, 4 3, 4 6, 9 6, 9 6, 9 6, 7 6, 7 9, 0 9, 0 0, 7 0, 7 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 0, 7 0, 7 0, 7 Ja. Das ist die Paketnummer. Ja. Ja. Ihre Sendung liegt in der Filiale Sonnenallee 208. Ja. Ja. Heute oder morgen schaffen Sie die Sendung abzuholen? Nee. Dann übermorgen? Nee. Also die Sendung bleibt bei der Post bis Freitag, am spätestens am Freitag. Ja. Ja, dann schaffen Sie die Sendung abzuholen? Muss ich gucken. Ja, versuchen Sie bitte. Ja, dann falls Sie die Sendung nicht abholen, dann die Sendung kommt zurück bei uns wieder. Oh je. Ja? Das wäre ungrünstig. Hm. Also. Versuchen Sie bitte die Sendung abzuholen. Hm. Und dann danke. Alles Gute. Tschüssi. Tschüssi. Ja, ja. Da ist wohl noch ein Paket von meinen Pillermann-Pillen unterwegs. Habe ich wohl nicht abgeholt. Hm. Wie kommt das wohl zustande? Tja, dass da nur Dreck drin ist. Ich glaube ich nicht weiter ausführen. dass da irgendwie genau die gleichen Gesprächstypen sitzen, wie bei den Finanzbetrügern an der Hotline. Jo. Hallo. Ja. Schönen guten Tag. Lona Weiß ist am Apparat. Wie geht es Ihnen alles gut so weit? Entzückend. Wie bitte? Entzückend. Ah, ich verstehe Sie nicht. Ne. Vielleicht sollten Sie dann mal in Ihrem eigenen Land telefonieren. Also ich rufe Sie an von Berlin. Und von FCM Group. Es geht um eine Anmeldung bei Online-Handel, das Sie gemacht haben. Aha. Wie bitte nochmal? Wann denn? Wann? Hm. Weiß ich nicht. Ich habe diese Liste mit diesen Kunden heute bekommen. Ja, aber Sie müssen das ja wissen, wann die Eintragung gemacht wurde. Das ist nicht so, das ist egal. Ich weiß es nicht. Ne, ist es nicht egal. Das ist ja Datenschutzgesetz. Herr, Sie haben die Datenmeldung gemacht. Ich bin hier nur, Ihnen zu informieren. Das ist alles. Ja, aber Sie können ja gar nichts informieren. Sie wissen doch überhaupt nichts. Ich habe hier Ihre Nummer. Deswegen rufe ich Ihnen an. Sie haben es selber angemeldet. Sie nutzen diesen Mario Kart-Name. Ich weiß es nicht, wie Sie wirklich heißen, aber ja. Ja, aber Sie sollten sich vielleicht mal um Ihre Datenschutzlücken mal Gedanken machen, weil das geht ja so nicht. Wieso? Das ist ja kein Datenschutz, was Sie da einhalten. Ja, ich habe meinen Namen gesagt. Ich habe, warum ich anrufe, gesagt, was möchten Sie mehr? Und warum möchten Sie diese Daten? Ja, naja, weil das mir zusteht. Haben Sie Interesse mit Online-Handel etwas zu machen oder nicht? Ich habe erst mal Interesse, dass Sie vielleicht das tun, was Sie gesagt haben. Fragen beantworten, aber das können Sie ja dem Anzeigen haben. Ja, ich habe das schon gesagt. Ne, haben Sie nicht. Was möchten Sie? Möchten Sie mich treffen oder was? Ne, das ist ganz bestimmt nicht. Weil Sie sind bestimmt hässlich, aber ich will, dass Sie mir sagen, meine Daten hier haben. Alter, ich denke, dass du bist ein Hurensohn, aber was können wir machen? Ja, vielleicht mal anständig, legal. Ich bin hässlich und du bist ein Hurensohn. Ja, vielleicht mal anständig, legal. Ja, ja, du bist egal. Deine Mutter hat dich bereut. Alter, tschüss. Ja, Kriminelle. Ach Mann, ja, das sind die angeblich seriösen Finanzberater vom Trading-Markt. Ich meine, gut, mit dem hässlich habe ich ja jetzt hier angefangen, aber letztendlich hätte ein seriöser Berater jetzt hier einfach vielleicht das Gespräch beendet? Oder so? Ich weiß es nicht. Also, ich finde es schon irgendwie interessant, was die so alles von sich geben und seriös sein wollen. Datenschutz interessiert die nicht, das ist natürlich klar. Ich meine, es war ja auch schon vor dem Gespräch hier, klar, aber es ist schon lustig, dass die sich am Ende immer wieder selbst verraten, dass das kein seriöses Unternehmen sein kann und keine seriöse Firma. Denn jedes seriöse Unternehmen würde, ich glaube, so einen Mitarbeiter direkt rausschmeißen. Selbst wenn der Kunde provoziert hat, dann, naja, will, glaube ich, keine Firma unseriös darstellen oder dastehen, in dem die Mitarbeiter die Kunden beleidigen. Tja, passiert halt immer nur, wenn euch eine unseriöse Firma anruft. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Willst du mich mit der Sabu El Salomonelle? Dann sind Sie verbunden. Den habe ich schon da dran. Wunderschön. Mein Name ist Alex Bauer und ich rufe schon ein Deutsch-Hauptmannes in Thailand. Aha. Was ist das? Ja, und wir haben auch vor zehn Tagen mit Ihnen geredet, glaube ich. Oder ihr habt mit meinen Kollegen das gemacht. Es handelt sich um Online-Bitcoins. Ich wollte das Grund wissen, wieso Ihnen... Genau, das habe ich noch nie gehört. Wie bitte? Habe ich noch nie gehört. Haben Sie noch nie gehört? Sie haben eine Registrierung auf unserer Plattform gemacht, vor 15 Tagen her. Wo denn genau? Auf Kryptos, auf German. Aha. Das geht mit den Bitcoins. Das kenne ich nicht. Wie kennen Sie es nicht? Wer kennt denn das? Soll es Ihren Vater kennen oder ich? Soll es kennen? Wer soll das kennen? Ich kenne das nicht. Hier ist der Name, Nachname, E-Mail und die Nummer von euch. Ihr werdet 1.000 Mal noch eingerufen. Ihr müsst das selbst machen. Ja. Okay. Okay, dann für Spaß. Okay, dann werde ich dich immer wieder anrufen. Jeden Tag. Zehn Mal. Alles klar. Okay. Hab ich dich. Krimineller. Wie bitte? Du bist ein Krimineller. Ich bin ein Krimineller. Dein Vater ist ein Krimineller, du ruhig und gesund. Nee. Ich hab meine Frau gefickt. Ja, ich hab meine Frau gefickt. Das hab ich gemacht. Gestern. Ja? Dann bist du aber schwul. Oh, hat sie einen Mann? Ja. Ja, oh Mann, oh Mann. Dann hab ich ihre Tochter auch gefickt. Ja? Hab ich ja auch nicht. Ich hab ihre Tochter gefragt. Aber das ist auch pädophil. Sowas ist eklig. Ihre Schwester, ihre Mutter, ihre Frau. Ich hab alle gefickt. Pädophil ist bei den Betrügern wohl an der Tagesordnung, was? Oh, ansonsten bist ich. Ja? So welche Du sind Arschgeschichte. Wir sind keine Betrüger. Das sind's Du. Nee, aber warum? In meinem ganzen Leben hast du arm sein. Du bist arm, verstehst du? Wenn du nicht arm wärst, hättest du auch so kein Registrier in die Macht, du Arschgesicht. Also ich bin arm und du arbeitest in einem Callcenter. Das ist ja lustig. Oh, ja, du bist ja arm. So ist das ja auch. Ich verdiene aber sehr gut Geld. Im Callcenter. Am Telefon, na, bestimmt. Ja, das verdiene ich. Ich hab keine Ahnung. Du wirst bestimmt ein riesengroßes Vermögen machen da im Callcenter, wa? Ah, okay, dann leck meinen Arsch, okay? Nee, das wird zu dreckig. Oh nein, das musst du machen. Nö, dafür musst du dann bezahlen. Oh, du hast ja gesagt, du bist schwul. Dann mach es dann, du Arschgesicht. Was zahlst du denn dafür? Haha. Oh, Herr Sabu, denkst du, ich weiß nicht, wer du bist? Nee, wer bin ich denn? Sag mal. Oh, ich sehe dich den ganzen Tag. Fast jeden Tag sehe ich dich. Das ist ja lustig. Ja, okay. Pass auf. Glaubt dir das irgendeiner den Quatsch? Vor allem, du machst dich doch damit nur selber noch ohne religiöser zu schauen. Oh Mann, sehr wichtig. Ciao. Krimineller. Ja, natürlich. Das ist wieder so ein ganz typischer Anruf vom ganz seriösen Finanzmarkt. Tja, was will man davon eigentlich noch groß halten? Schön, dass er mich jeden Tag sieht. Frage ich mich wo? Ich bin ja eher so der Typ Mensch, lieber eine große Wohnung, als irgendwie in dem Katastrophenland hier noch vor die Tür treten. Oh Mann. Ja, also ich weiß es nicht, was ich von solchen Leuten halten soll. Ich weiß es einfach nicht. Die rufen hier bei uns in Deutschland an, verarschen uns. Ich meine, als würden wir hier nicht bei uns schon genug verarscht werden mit einem. Das ist doch der absolute Kracher. Tja, beleidigen können die alle irgendwie gut. Aber dadurch verraten die sich am Ende ja auch immer nur wieder selbst. Was da eigentlich für Kreaturen an der Leitung sitzen. Mir fallen da eigentlich keine Worte mehr zu ein. Also ich meine, da ist ja jede Beleidigung schon eigentlich zu schade, um solche Menschen irgendwie damit zu beschreiben. Ich frage mich, was das soll. Ich frage mich, was die davon haben. Es ist doch einfach nur lächerlich, wenn man die Leute dann auch noch irgendwie beleidigen muss am Telefon. Und ja, natürlich ist Callcenter kein schlechter Beruf in dem Sinne. Aber dass man in einem Callcenter in der Regel jetzt nun nicht die Millionen macht, ist ja glaube ich wohl klar. Aber schön, dass er gleich weiß, dass wenn Menschen sich bei ihm auf der Webseite registrieren, dass die automatisch arm sein müssen. Tja, ich glaube, es hat er tatsächlich vielleicht sogar nicht mal so Unrecht damit. Denn viele Menschen, die sich auf solchen Webseiten registrieren, die haben vielleicht schon Geldsorgen und Geldnöte und machen die damit leider nur noch größer. Denn wenn man da Geld einzahlt, ist das eine Einbahnstraße. Man holt da definitiv nichts mehr raus. Einfach nur absolut schade und traurig, wie die mit den Menschen umgehen und was die von den Menschen denken. Und dass die es auch noch lustig finden, angeblich arme Menschen auch noch auszurauben. Ich finde es wirklich verwerflich. Aber schön, dass die sich immer so in Szene setzen. Denn eins weiß man ja, Menschen, die mit ihrem Geld rumprahlen, die haben meistens keins. Und sitzen selber am Ende der Nahrungskette. So sieht es nämlich aus. Denn die Frage ist, warum hat man es denn nötig, in so einem Callcenter zu sitzen? Sicherlich werden die jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht verdienen. Zumindest nicht dann, wenn die, naja, gute Abschlüsse machen oder viele Leute betrogen haben. Kann ich mir schon vorstellen, dass das dann da läuft und man da sicherlich eine Provision dazu bekommt. Aber ich glaube, reicht wird der mit seinem Job auch nicht. Denn er sitzt, wie gesagt, am Ende der Nahrungskette und sein Chef da drüber. Der steckt sich sicherlich die meiste Kohle ein und fährt mit dem Porsche durch die Gegend. Na, Pippi? Wie geht's denn so? Du hast aber eine schöne Computermaus. Tja, und täglich grüßt das Scrollrad in der Telefonleitung. Da haben wir's wieder. Ja, wer hier öfters die Videos hört, hat das Scrollrad und die Musik im Hintergrund sicherlich schon öfters mal gehört. Tja, immer wieder der absolute Wahnsinn. Also, die Person gibt auf jeden Fall nicht auf. Nur ich frag mich immer wieder, was die Gespräche hier bringen sollen. Außer, dass man da als Betrüger selbst seine Zeit vertrödelt. Na ja, lassen wir's mal machen. Mich stört's auf jeden Fall nicht. Ja? Hallo, Gerold Steiner wollte ich sprechen. Ja? Josef Nowak, Sie haben sich online eingetragen. Sie bekommen einen Wertgutschein von uns. Und schweigere Straße 77. Wer sind Sie denn? Ich bin der Josef Nowak. Vor etwa vier Wochen hatten Sie sich online eingetragen, Herr Steiner. Wo denn? Auf über fünfmal Webseiten waren wir vertreten für Gutscheine. Da haben Sie sich einen Gutschein eingetragen. Und wo habe ich mich da eingetragen? Sie bekommen dann die Post. Können Sie sich bitte einmal durchlesen, okay? Ah, ja. Ich habe jetzt hier nur gefragt, ja, und wo habe ich mich da eingetragen? Oder wie habe ich mich da eingetragen? Ja, und da hat er das Gespräch gleich beendet. Ich würde angeblich Post bekommen. Ja, natürlich. Ohne, dass wir hier irgendwas besprochen haben. Und er hat ja jetzt hier auch direkt wortlos dann aufgelegt. Er hat ja nur gesagt, ja, dann schick die Post zu. Und dann war's das schon. Keine Verabschiedung, großartig, einfach aufgelegt. Ich finde es schon beeindruckend, was die sich so einfallen lassen. Beziehungsweise wie die reagieren, sobald man Fragen stellt. Tja, das ist halt oft nicht gewünscht. Oder eigentlich von Betrügern ja grundsätzlich nicht. Weil die haben einfach keine Antworten dazu. Zumindest keine seriösen. Ja. Hallo. Hallo. Ja, was denn? Seien Sie mal ein wenig höflich. Was ist was denn? Ja, was möchten Sie denn? Ich will deine Mutter, deine Frau. Gehst du mir? Ja, also da ruft bei euch jemand an, stellt sich überhaupt nicht vor, kotzt euch da ans Telefon. Und wenn man da fragt, ja, was willst du denn jetzt hier überhaupt? Dann wird man gleich beleidigend. Hm, da sind wir definitiv bei einer ganz seriösen Firma rausgekommen. Aber schön, dass so Gespräche gleich direkt von Anfang an sich erledigt haben. Hm, manchmal echt keine Ahnung, was die sich dabei denken. Aber sowas passiert tatsächlich immer wieder. Also ich habe sogar auf meinem Privattelefon, habe ich euch ja schon erzählt, die Story, dass da schon seit mindestens zehn Jahren immer mal wieder so Callcenter anrufen. Die Nummer ist nicht so extrem im Umlauf wie hier für den Kanal. Von daher rufen die vielleicht so einmal die Woche. Oder manchmal habe ich auch bloß einmal im Monat. Dann kommt mein halbes Jahr wieder nix. Und dann ruft mal wieder einer an. Also es ist halt, ich habe meine Telefonnummer halt echt schon gefühlte tausend Jahre. Aber da ruft immer mal wieder einer an. Und wenn man da auch nicht mitspielt, dann hat man da genau das Gleiche. Von daher, auf der Privatnummer hat das ja nichts mit Scambaiting in dem Sinne zu tun. Das war halt wirklich irgendwo, weil meine Daten irgendwo in einem Datenleck gelandet sind. Aber das ist schon Wahnsinn, was da so für Leute sitzen. Tja, aber immerhin hat das was Positives. Wenn man da nicht so gleich mitspielt, dann kann man da in dem Punkt zumindest schon mal nicht betrogen werden. Ja, bitte. Hallo. Einen schönen guten Tag, Herr Ander. Mhm. Okay, ich habe Sie zu erreichen. Mein Name ist Patricia Conte. Und meine Bundeshandlung, es geht über Online-Handel. Es geht über eine Anmeldung, was Sie früher über Online-Handel gemacht haben, ja? Mhm. Und ich rufe Ihnen von tradestation.com. Wir sind eine große Firma hier in UK. Wir sind 11 Jahre in diesem Geschäft. Und natürlich, wir sind agency bei FCA. Herr Ander, wenn ich mal fragen darf, haben Sie früher Erfahrungen mit Online-Handel gehabt? Nee. Sie haben keine Erfahrung. Okay, bitte machen Sie keine Sorgen. Ich kann erklären ein bisschen Informationen. Über Online-Handel und über unsere Firma, ja? Aha. Okay, haben Sie momentan Zeit, bitte? Nee. Hm, aber ich... Okay, ich möchte Ihnen eine praktische Erklärung machen, ja? Weil das ist dann besser für Sie und für mich. Aber das ist doch bloß Betrug. Wie bitte? Aber Sie sind doch bloß Betrüger. Bitte, ich habe Ihnen gesagt, wir sind ein licenziertes Unternehmen. Ja, aber nur weil Sie das behalten, ist es ja deswegen trotzdem nicht wahr. Von FCA, bitte. Ja? Und ich möchte Ihnen zeigen, ein mehr Informationen über Online-Handel und auch über unsere Plattform. Das ist nur eine kostenlose Information für Ihnen, ja? Sie verlangen gar nicht. Dann ist Ihre Entscheidung, möchten Sie probieren mit uns oder nicht? Ihre selber Entscheidung. Ja, weiß ich doch vorher schon. Was? Weiß ich doch vorher schon. Noch einmal bitte? Ja, weiß ich doch vorher schon. Hören Sie mich? Nein, nein. Nein, wir sind nicht eine Betrüger, ja? Doch. Wenn Sie möchten, ich kann Ihnen zeigen unsere Plattform und dann ist die Entscheidung, ja? Möchten Sie mit uns arbeiten oder nicht? Wie heißt denn die Betrugsplattform? Was haben Sie gesagt? Ich habe Ihnen gesagt, wir sind ein licenziertes Unternehmen, okay? Das war eine Frage. Das war keine Aussage. Ich habe gefragt, wie die Betrugsplattform denn heißt. Ach, Sie wissen nicht, wie Ihre eigene Betrugsplattform heißt. Tschüss, Benner. Ja, Betrüger. Hurensohn. Ja, jetzt bestätigst du doch, dass es Betrug ist. Fake, Benner. Aber du bestätigst doch, dass es Betrug ist. Im Buch, Benner. Ja, ich bin ein Betrüger. Tschüss. Deine auch? Also es ist wirklich immer wieder beeindruckend, dass man die Betrüger ohne großes Zutun schon direkt aus der Reserve locken kann und die Betrüger gleich beleidigend werden, nur weil man da nicht so mitspielt. Ich meine letztendlich nur, weil sie jetzt sagt, dass sie ein licenziertes Unternehmen ist. Ja, wen interessiert denn das? Nur weil sie irgendwas sagt, ist es ja noch lange nicht wahr. Und nur weil sie es wiederholt, wird es deswegen auch nicht wahrer. Ich verstehe es immer nicht. Und dann wird man gleich direkt ausfallend und beleidigend, wenn man dann nicht mehr weiß, wie man weitermachen soll. Es ist schon irgendwie immer wieder interessant, ja, wie schnell man die eigentlich aus der Reserve lockt, ohne großes Zutun. Schönen guten Tag. Christina Wieber spricht am Apparat. Spreche ich mit Wolfgang? Ja, was möchten Sie denn am Samstag, am Sonntag? Herr Wolfgang, wissen Sie was? Wenn ich Samstag unter der Woche anrufe, dann sagen Sie, Sie sind bei der Arbeit. Jetzt Sonntag, wo Sie normalerweise entspannt Zeit haben sollten. Also erwähnen Sie, dass es Sonntag ist. Eigentlich, ich rufe Sie an, die Ihnen Ihre Anmeldung... Aber ich möchte von Ihnen sonntags nicht belästigt werden. Was für Belästigung. Sie sollen sich freuen, wenn ich Sie anrufe, weil... Ich soll mich freuen, weil mich eine Kriminelle anruft. Was hat das mit kriminell zu tun? Das ist ein Plattform... Sie sind doch kriminell. Kriminell sind Sie, dass Sie so sagen. Ja? Weil es ist ein lizenziertes Plattform... Dann bin ich ein Kriminell, aber Sie sind die Verbrecherin. Es ist schon der absolute Kracher, was man da für Sahnehäubchen an der Leitung erlebt. Tja, ich soll mich freuen, weil die nette Betrügerin bei mir anruft und mir irgendeinen Trading-Scheiß verkaufen will. Ungefragt. Tja, und die Aussage, dass ich angeblich unter der Woche arbeiten bin, die ist hier garantiert bei mir noch nicht gefallen am Telefon. Denn ich kann mir eine Zeit frei einteilen und wenn die anrufen, gehe ich ran. Und wenn ich nicht rangehe und gerade keine Zeit habe, dann sage ich denen lediglich, ich habe keine Zeit. Aber die bekommen von mir keine Begründung. Es geht dir letztendlich nichts an. Aber wieso ruft man denn auf den Sonntag an? Und dann von einem Trading-Unternehmen? Haben Banken nicht normalerweise am Wochenende zu? Hm. Schon irgendwie interessant, dass die sich irgendwie immer wieder selbst verraten. Das Schlimme ist es, fallen halt leider trotzdem viel zu viele Menschen auf diesen Unfug rein. Ja. Hallo, einen schönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Sarah Miller und ich rufe an von den Factory-Medien. Herr Mario Kart möchte ich bitte sprechen. Ja. Ich melde mich bei Ihnen, weil Sie hier nicht für eine kostenlose Verlosung registriert haben. Und zwar hat das auch geklappt, nämlich haben Sie sich durch die Teilnahme einen Gutschein gesichert im Wert von 599 Euro. Ja, ja, das ist der Fall. Herzlichen Glückwunsch dafür erstmal. Und das ist dann auch noch nicht alles, denn wir haben noch eine Finale in zwei Monaten. Da haben wir zehn Finanisten, zehn Preise und sie gehören auch mit dazu. Es gibt fünf Bargeldgewinne insgesamt, nämlich der erste Preis, das sind die 20.000. Zweiter Preis 15, dritter 10, vierter 8 und fünfter Preis dann die 4.000 Euro in Bar. Für die restlichen Sätze, sechs bis zehn, gibt es dann verschiedene Gutscheine im Wert von 599 Euro in Form von Amazon, Reise, Hotel, Mediamarkt, Supermärkte und viele weitere Filmen mehr. Hierzu bekommen Sie das Ganze aber noch einmal postalisch mit allen wichtigen Informationen und Angaben an die angegebene Adresse. Das ist dann die Braunschweiger Weg 77 in Berlin. Ist das richtig? Ja. Okay, super. Dann bitte einmal zur Bestätigung Ihrer Person. Sie sind geboren am 14.07. und das Geburtsjahr bitte von Ihnen. Das Geburtsjahr ist 1994. Okay, super. Stimmt auch überein. Das ist so. Die Gutscheine bekommen Sie personalisiert auf Ihren Namen an die angegebene Adresse. Und die Bargeldgewinne werden dann den Finanisten innerhalb von 24 Stunden nach der Ziehung auf das eigene Konto gutgeschrieben. Dafür brauchen wir dann bitte einmal die öffentliche Überweisungsnummer. Das ist die IBAN. Wie lautet die bei Ihnen? Ja, die gebe ich dann, wenn es soweit ist. Das muss schon in der Gewinnbeschädigung ersichtlich sein, wo die Gewinne hinüberwiesen werden. Außerdem ist das keine Geheimzahl wie Pintan oder Kreditkartennummer. Das finde ich schon. Sollte man nicht einfach so rausgeben. Okay, alles klar. Dann werde ich das so eintragen für Sie. Ja, ich bedanke mich. Ja, tschüss Betrüger. Tschüss. Na, immerhin hat sie uns hier mal nicht widersprochen. Es ist schon absolut fragwürdig, absolut wahnsinnig, was die sich alles einfallen lassen, damit man da irgendwie sein Geld überweist. Ich weiß es nicht. Also, letztendlich sollte man hier nicht einfach leicht und leichtfertig und gutgläubig seine Kontodaten einfach so durchs Telefon buchstabieren. Denn im schlimmsten Fall wird da was abgebucht. Ich denke mal, das wird ja auch der Fall gewesen sein, dass man das jetzt hier vorhatte. Denn hier ist das Gespräch nur halt schon gleich von Anfang an aus dem Ruder gelaufen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man mir dann, sobald ich meine Kontodaten genannt hätte, noch irgendwas verkaufen hätte wollen. Und einen Gewinn hätte es hier sowieso nicht gegeben. Und wenn doch, dann sind die Gutscheine sowieso nichts wert. Einfach nur traurig. Wunderschönen guten Tag. Wie kann ich denn behüblich sein? Hallo, guten Tag. Spielen gerade mit Herrn Andreas Kotz? Mhm, der Herr Kotz. Gut. Können Sie so heißen, Herr. Mein Name ist Claudia Darwin. Melde mich von der Firma Proforbex über Onlinehandel. Aha, sehr interessant. Kein Problem. Tja, also die wird mich wohl wieder nicht verstanden haben. Ich sage, aha, ist ja interessant. Und die sagt, kein Problem. Und licht direkt auf. Tja, wenn es denn immer so einfach wäre, die Betrüger loszuwerden, ist es nur leider nicht. Gerne rufen die ja immer wieder an und bleiben auch noch gerne sehr, sehr lange in der Leitung, um mit euch zu diskutieren. Damit ihr dann doch noch irgendwie euer Geld einzahlt. Ich finde es einfach nur absolut traurig, dass solche Leute hier bei uns in Massen anrufen. Ja. Ja, hallo. Schon guten Tag. Ja. Kann ich mit Herrn Pola Thomas sprechen? Sind Sie? Ja. Na gut. Ich bin Berater von Firma Shop Online. Sie haben bei uns Sidosnetter bestellt. Erinnern Sie das? Nee, was ist denn das? Ja, das war ein Mittelstüsselnetter gegen Blasenentzündung. Erinnern Sie das? Nee. Oder? Nein, Sie wissen das nicht. Aber bei mir steht er Pola Thomas. So, vielleicht ist es war er Frau oder was? Ich weiß nicht. Ja, der Herr Pola könnte meine Frau gewesen sein. Ja, aber wann kann ich mit der Frau denn sprechen? Äh, weiß ich nicht. Also, die ist jetzt aktuell für immer verhindert. Ich habe die gerade untergebuddelt. Ach so. Ich habe die gerade ein Mittelstüssel. Und vielleicht morgens ist es dann wieder gegen Blasenentzündung und so. Ja, aber in dem Loch, wo die jetzt liegt, braucht die sowas nicht mehr. Diese Woche ist es unmöglich, ja? Mit der Frau zu sprechen, oder? Nee. So, verstanden. Na gut. Danke dann. Tschüss. Können Sie die mal streicheln? Ja, eher kein Problem. Ich streiche das jetzt dann. Können Sie streicheln? Ja. Danke dann. Streicheln. Okay. Dann streicheln wir die jetzt. Ja. 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 Immer wieder Herz aller Liebst, was man da für Leute an der Leitung hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mögt, dann abonniert gerne den Kanal. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn verpasst ihr auch in Zukunft. Kein neues Video mehr. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.